Hallo Leute! Hallo! Wir machen heute ein gewünschtes Follow-me-Around. Wir reiten heute mit zwei Tieren aus. Bis sechs dann gleich. Ja, und wir nehmen euch heute mit, mit der Action-Kammer. Viel Spaß! Tschau! Musik Also, wir putzen jetzt erstmal und dann geht's los. Ne, Lu? 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 Sorry! Unser Action-Helm. Man zeigt, dass dieser Action-Helm ist. So, Vanni, jetzt erzähl mal, mit wem reitest du halt aus? Also, ich weiß nicht, die Klammer. Es ist kein iPhone 4S. Es ist kein Haftling im Hintergrund. Okay, gut. Und es ist keine Schleifung. Gut, dann mach dich mal auf den Weg zum Putzen, ne? Das ist wie die Putzkiste. Ja. Ja. Aber ich kann mir eine Schufe auskratzen. Ein Fettnummer auch nix. Und das andere nehme ich an die Pferde her. Und sie hört ganz schön. Hm. Da ist die Luft. Das ist eine riesengroße Fläche, das zum Putzen. Danach weiß man echt, was Natur hat. Oh, das ist echt Schön. W trzuste. Lasse für den Zwerden. Das ist noch ein windbarn. Der dritte. Aber das ist wieder wichtig. der Landdorf-Lumber auf der Verlängerung super Musik 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 Woh, woh, woh... Woh. Ja, das ist ein Dallot... Woh. Woh, woh! Das ist ein Dallot. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schnell, sechs Minuten aus Zeit. Hallo Leute. Also wir sind jetzt wieder zurück. Ich hoffe, euch hat es gut. Wir haben ganz viele Leute drüber. Und es war irgendwie mal wieder lustig. Ja, jetzt sind wir aber die Metalle fertig. Und wir schauen jetzt, wo wir die anderen Filme machen können. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Schnell, 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 schnell. Bis zum nächsten Mal.